hallo und jetzt bekommt zu einer neuen folge ort sky auf meinem kanal hier seht sind wir schon entgegen es hat sich eines verändert wie gesagt beim letzten mal habe ich schon gesagt ich habe ein häuschen gebaut wir gehen mal schlafen das möchte ich noch mal leiser machen und so habe ich jetzt inzwischen die wird das resultiert die werden jetzt automatisch gekauftet und gerade auf dem das ist noch ein riesiges gelegen die plattform da hinten halb abgerissen und eine wolke gebaut die wir jetzt nicht benutzen und ich habe doch wieder einen großen klopf gebaut um keine nachzusehen zu bekommen wir haben übrigens neun ente über 300 also lässt sich schon einigermaßen sehen was wir kriegen dass wir dann noch ein bisschen mehr drin brauchen wir ein bisschen mehr aus dem herrn das ist ja nicht mehr neun also und nur jetzt was wir heute machen wollen und zwar möchte mein haus gerne endlich mit strom versehen oder Damit ich nicht die ganze Kacke hin und her tragen muss. Dazu habe ich mir gedacht, dass wir Laser bauen. Ich müsste eigentlich alles dafür haben. Gucken wir nochmal. Das ist einfach mal ein Stromlaser. Wir sind's los. Dann werden wir jetzt weiter kommen. Dann können wir den Besseren davon ausbauen. Nein, da fehlen uns diese Sterne im Moment. Ich glaube ich die mal legen. Das ist hier. Braucht jemand mir mal schnell. Ganz leise. Gut, dann müssen wir jetzt mit die Laser nehmen. Gucken wir mal sie haben. ich weiß nicht mal wie weit die reichen, aber gut, wir brauchen diese WANGE, wenn wir die und wenigstens basteln, nein, der war nicht, wie hat man die denn, ich habe ja auch Smoothbox gekriegt, ne, was sagt denn, in der Seite wollen wir ja nicht sagen, brauchen wir auch, ne, ja, ist okay, weiß ich gar nicht, ja, ich bin ja nicht, 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 so, wie ist das denn heute mal reingeschmort, und da sind wir heute ein paar mehr rum, wir werden dann doch mal ein paar Befüste anpassen, sehr schnell rein choix, nein, PC ist schon mal drin, Was nicht imān côtig, weiß ich nicht, Oil��zentrum chor rauf, mit viel Glück führen wir da diese Crew sticks raus, Mit viel, wär ich nicht اب, Ich will das nicht machen. 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 Wenn das für mich losgeht. Das ist dann wirklich ein Eisen. So ist es noch englisch, englisch, deutsch. Jetzt will es nicht machen. Ich hab da eigentlich fest. Oh, wenn man schon sagt da. Aber wir können schauen. Entschuldigung, es ist doch der Seite da, der irgendein, mitte und witte, warte dem will. Ich bin schon am Ende, braucht wohl keinen Schrauben. Und ähm. Wir werden da rein, und jetzt kann man, Ich glaube nicht gerade wie das andere denn liest. Das darf man auch nicht. Ich muss mal kurz fallen. Oh, ich bin schon wieder blind. und genau Und noch ein Dich-Spaar. Hier irgendwie einen falschen Monat. Einfach nur die Diener tauschen. Und zack. Und da kann ich alle reinhauen. Gucken wir mal, was wir schön nicht kriegen. Ah, da wird er. Oh, davon haben wir ein Zimmer noch. Blau ist ja nichts. Jetzt baut der Heiko fast alle zusammen. Okay. Eigentlich ein Bild. Und jetzt die letzte hier noch auf. Und dann geht's. Super, ja. Okay. Jetzt haben wir jetzt nicht gesehen, was rauskommt. Aber. Wir machen die nächsten Gutträger zusammen. Okay. Wurstung haben wir. Da sind wir verkannt. Das war wirklich. Wechseln wir mal raus. Wie wir nicht auf dem Platz stehen. So, ich muss jetzt mal raus, wie wir nicht auf dem Platz stehen. So, mein Junge. Sollen wir hier so spät, der hier braucht, ne? Ganz viel Rüstungskacke, die wir nicht brauchen. Ich dachte, dass wir vielleicht zu denen von einem Zink gebrochen sind, also so schön kacken machen wir weg. Die brauchen wir eben nicht, oder auch nicht, gerade nicht, die wir haben eigentlich. Und dann, ja, es geht. Hätte schlimmer sein können, die Ausbeute, ne? Da ist ein Rüstungskick drin, ein Chunk-Skick, das haltet der Ron, wollen wir gleich ein Chunk-Skick erstmal, ne, wir warten mit dem Chunk-Skick einfach mal ein bisschen, weil ich denke mal, dass wir dann extra Folge machen werden, wo ich mich sinnlos umbringen werde mit Chunk-Skicks. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Lasern zurück, damit wir die Strom kriegen. Wir brauchen viele Chunk-Skicks, das ist ein Schunk-Eisen. Wir brauchen viele Chunk-Skicks. Wir brauchen viele Chunk-Skicks. Das sind das ein Iron Block. 2 Und den aus 2 weg. Jetzt können wir auch mal hier den Stand. Und wo war der? Ja. Das ist ein Ding. Dann können wir den auch wieder abbauen. Jetzt lässt er mir nicht gerade zu viel rum. Das ist ein Ding. Hier habe ich ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Okay. Und dann verbinden wir die mit einem Monat. Müsst ihr ja einfach durchgehen. Müsst ihr halt auch eine Monatel herbauen. Müsst ihr halt hier irgendwo nochmal umrandsetzen. Hmm. Müsst ihr halt? Müsst ihr halt hier? Müsst ihr halt hier? Oh noch Strom eigentlich wahnsinn. Oleee. Wissen hinterlas. Da ist dann. Was ist das denn? Erd für die Wege Was war alles ries? Ich denke, so gut Das ist ja ungefähr ein Verschwung ab Kompass Kompass? Hmmmm Können wir dann schnell machen Ich dachte, hier geht mit einem Wind Ich stehe hier nicht von euch Machen wir den Kompass Jede Ok Dann Ich stürze meine Kompass ab und sind mitten im Video, ey ich krieg ne Krise wo kommt mein Kurs ich guck doch nicht lange sieht bei so aus als müsste ich die Folge beenden weil mein Kopf gerade nicht mehr reagiert gut warte, ähm muss leider nach ja, schlitz gerade ab muss leider die Folge beenden ähm, ich nehm die nächste Folge vielleicht danach auch und die kommt dann ja, ein paar Stunden später nein, altleute, ciao ciao ich bin erstmal raus und ja, ich bringe meinen Kaffee jetzt zum Laufen ich hoffe das klappt, bis später ich bringe den ich bringe den ich bringe den